Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Donnerstag, den 23. November. Mein Name ist Daniel Georgakos. Heute soll im Laufe des Tages die viertägige Waffenruhe in Gaza beginnen. Zudem wurde nach wochenlangen Verhandlungen am Mittwoch ein Abkommen über den Austausch von Geiseln erzielt. Auch weitere humanitäre Hilfe für den Gazastreifen soll ermöglicht werden. Die Freilassung von ersten Geiseln aus dem Gazastreifen wird nach offiziellen israelischen Angaben jedoch nicht vor Freitag stattfinden. Die Hintergründe für die Verzögerung sind unklar. Premierminister Anthony Albanisi begrüßte den Waffenstillstand und sagte, Australien sei sehr besorgt über den Konflikt. In den Niederlanden ist die Partei des Rechtspopulisten Gerd Wilders einer Prognose zufolge als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Das meldete das niederländische Fernsehen am Abend nach Schließung der Wahllokale. Die Partei für die Freiheit, PVV, kann demnach mit 35 der 150 Sitze im Parlament rechnen und wäre damit die stärkste Kraft. Wenn sich die Prognose bestätigt, wäre es das erste Mal, dass eine rechtspopulistische Partei eine niederländische Parlamentswahl gewinnt. Zwei Menschen sind bei einer Auto-Explosion am Grenzübergang zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada ums Leben gekommen. Das FBI untersucht derzeit den Vorfall. Behördenangaben zufolge gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der kanadische Premier Justin Trudeau sagte, dass vier Grenzübergänge als Vorsichtsmaßnahme geschlossen worden seien. Alle von der australischen Regierung genehmigten befristeten Visa-Anträge für palästinensische Flüchtlinge wurden im Rahmen des normalen Visa-Verfahrens gestellt. Das gab Außenministerin Penny Wong bekannt. Etwa 1800 Menschen in Israel und etwas mehr als 800 Menschen im Gaza-Streifen haben ein australisches Visum erhalten. Die Schweizer Regierung hat grünes Licht für die Ausfuhr von insgesamt 25 Leopard-II-Panzern nach Deutschland gegeben. Die Kampfpanzer sollen an den Hersteller Rheinmetall-Landsysteme zurückverkauft werden. Zur Begründung hieß es vom Schweizer Bundesrat, Deutschland habe zugesichert, dass die Panzer in Deutschland oder bei NATO- bzw. EU-Partnern verbleiben würden, um die eigene Lücke zu schließen. Die australische Regierung will mehr in erneuerbare Energien investieren. Damit reagiert sie auf die wachsende Sorge, dass die Hitzewellen in diesem Sommer die Stromnachfrage in die Höhe treiben und die Wahrscheinlichkeit größere Stromausfälle erhöhen könnten. Bis 2030 will die Regierung einen Anteil von 80 Prozent an erneuerbaren Energien erreichen. Energieminister Chris Bowen äußerte sich noch nicht zu einer konkreten Investitionssumme. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman bis 2030 Bis 2030 kommentieren Sie unsere Inhalte bei concert Natalie